Dialog 1 Unterrode gesprochen. Hallo Herr Lauer, seit wann leiten Sie diese Filiale? Hallo, seit zwei Jahren, aber ich arbeite schon fünf Jahre hier. Haben Sie den Beruf Buchhändler gelernt? Nein, ich bin Einzelhandelskaufmann. Das passt hier auch sehr gut, denn in einer Bahnhofsbuchhandlung ist das Fachwissen eines Buchhändlers weniger wichtig als zum Beispiel in einer Universitätsbuchhandlung. Unsere Kunden sind meistens Reisende, die nicht viel Zeit haben, und wir verkaufen auch viel mehr Zeitungen und Zeitschriften als Bücher. Das ist unser Hauptgeschäft. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? Ich bin immer mindestens 40 Stunden pro Woche hier, manchmal auch 50. Welche Aufgaben haben Sie? Ich mache die Bestellungen der Zeitungen und Zeitschriften, die Abrechnungen, ich teile das Personal ein, entscheide, wo wir die Waren platzieren, bezahle Rechnungen und so weiter. Viele Sachen sind Routine, aber manchmal ist es nicht leicht, gutes Personal zu finden. Wir haben viele Aushilfen, die oft nicht lange bleiben, und wir müssen immer wieder neue Leute einarbeiten. Darf ich fragen, wie viel Sie im Monat verdienen? Ich bekomme 2.900 Euro brutto. Das sind dann ungefähr 1.900 Euro netto. Außerdem bekomme ich ein 13. Monatsgehalt Weihnachtsgeld und 1.200 Euro Urlaubsgeld pro Jahr. Dialog 2 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer Reihe Arbeit in Deutschland haben wir in der letzten Woche in der Frankfurter Innenstadt ein paar Passantinnen und Passanten zu ihren Arbeitszeiten gefragt. Hier einige Antworten. Sebastian Marx hat uns Folgendes erzählt. Ich bin Produktionshelfer in einer Fabrik, die Mikrochips herstellt. Ich arbeite in der Nachtschicht von 22 bis 6 Uhr am Morgen. Fünf Tage pro Woche, immer montags bis freitags. Der Vorteil ist, dass ich für die Nachtarbeit mehr Geld bekomme, aber ich bin fast immer müde. Und ich glaube nicht, dass es gut für meine Gesundheit ist, wenn ich immer nur nachts arbeite. Ich bin froh, dass bald Weihnachten ist. Dann hat die Firma drei Wochen geschlossen und ich kann endlich mal richtig ausschlafen. Frau Wagner antwortete. Ich arbeite als Bürokauffrau in einer Import- und Exportfirma. Montags bis freitags am Nachmittag, insgesamt 20 Stunden pro Woche. Die Arbeit gefällt mir, aber ich würde gern mehr arbeiten, weil ich immer zu wenig Geld habe. Im Moment geht das nicht, denn die Firma hat nicht genug Aufträge. Mein Chef hat mir aber versprochen, dass ich sofort eine Vollzeitstelle bekomme, wenn das möglich ist. Herr Borsim meinte zu dem Thema. Ich arbeite in einem kleinen Geschäft im Stadtzentrum. Dort verkaufe ich unter anderem Zeitungen, aber auch Tabak und Zigaretten, sowie Fahrkarten für Busse und Straßenbahnen. Ich arbeite auch am Wochenende und mache oft Überstunden. Ich arbeite sehr unregelmäßig, manchmal nur fünf Stunden am Tag, manchmal zehn. Für die Überstunden bekomme ich an anderen Tagen frei. Das ist gut, denn für mich ist Freizeit sehr wichtig. Dialog 3 Jessica, wir müssen noch über unsere Urlaubszeiten sprechen. Die anderen Kollegen haben jetzt ihren Plan festgelegt, sodass sie mit ihren Kindern wegfahren können. Okay, dann kommen also wir zwei Kinderlose an die Reihe. Welche Möglichkeiten haben wir? Eigentlich ziemlich viele. Nur Mitte August können wir keinen Urlaub nehmen. Da sind Ivan und Anna gleichzeitig weg. Okay, das ist für mich kein Problem. Ich möchte gern Anfang Juli zwei Wochen Urlaub haben. Im August kann ich keinen Urlaub nehmen, weil ich eine Fortbildung habe. Anfang Juli? Da möchte ich auch Urlaub machen. Aber das ist doch kein Problem. Dann sind doch die anderen drei noch da. Ja, aber ich finde, einer von uns beiden sollte immer hier sein. Denk doch mal daran, wie oft zum Beispiel die Kinder von Ivan oder Anna krank sind und sie zu Hause bleiben müssen. Dann ist es immer besser, wenn einer von uns da ist, um die Arbeit der anderen zu übernehmen. Das stimmt. Da hast du recht. Dann mach du von Anfang bis Mitte Juli Urlaub, denn deine Fortbildung ist ja wichtig. Ich mache dann danach drei Wochen Urlaub. Prima. Vielen Dank, Simon. Nächstes Jahr darfst du zuerst deine Urlaubszeiten aussuchen. Dialog vier Ich möchte gerne Anfang August Urlaub haben und dann insgesamt drei Wochen. Ich hätte auch gerne Anfang August Urlaub, aber nur zwei Wochen. Das ist eher schlecht. Einer von euch sollte immer hier sein, weil ihr euch am besten mit den Computerprogrammen auskennt. Da hast du recht. Ich kann auch anders Urlaub nehmen. Ich schlage vor, dass ich zuerst zwei Wochen Urlaub im Juli nehme und dann kann Ivan im August in Urlaub fahren. Ja, das ist gut. Vielen Dank, Aneta. Und was ist mit dir, Anna? Für mich ist eine Urlaubszeit Ende August ideal. Und dann brauche ich auch drei Wochen Urlaub. Ivan und ich sind also für einige Zeit gleichzeitig weg. Ist das ein Problem? Ich weiß nicht genau. Das bedeutet ja, dass Simon und Jessica in dieser Zeit auf keinen Fall Urlaub nehmen können. Es müssen immer mindestens drei Personen in der Abteilung sein. Vielleicht sollten wir sie fragen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich bin sicher, dass sie mit unserem Urlaubsplan einverstanden sind. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie uns zuerst über den Urlaub sprechen lassen, weil wir Kinder haben und uns immer nach den Schulferien richten müssen. Ich finde das wirklich nett von den beiden. Ich denke, wir sollten ihnen die freie Auswahl geben, wenn sie außerhalb der Sommerferien Urlaub nehmen möchten. Das ist eine gute Idee. Dialog 5 Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt 7.30 Uhr und viele von Ihnen sind sicher auf dem Weg zur Arbeit oder gehen gleich los. Am Bahnhof Emmendingen steht mein Kollege Urs Weimar. Er macht eine Reportage über die Wege zur Arbeit in Baden-Württemberg. Urs, hörst du mich? Ja, Janina, ich höre dich. Guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In Deutschland hat es noch nie so viele Pendler gegeben wie heute. 2017 sind in Deutschland fast 60 Prozent aller Arbeitnehmer zum Job gependelt. Das heißt, weit mehr als jeder zweite Arbeitnehmer arbeitet nicht in seinem Wohnort, sondern muss für seine Arbeit in einen anderen Ort fahren. Viele Arbeitnehmer brauchen so zwei oder mehr Stunden für den Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Sie benutzen das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel wie die Bahn. Vom Bahnhof Emmendingen fahren jeden Tag viele Leute zur Arbeit nach Freiburg oder nach Offenburg. Dialog 6 Neben mir steht jetzt Marika Kascher. Frau Kascher, wohin fahren Sie? Nach Freiburg. Ich arbeite dort in der Uniklinik. Fahren Sie jeden Tag mit dem Zug? Ich nehme lieber den Zug als das Auto, denn so bin ich schneller in Freiburg und die Monatskarte ist nicht so teuer. Allerdings haben die Züge manchmal Verspätung. Wie kommen Sie zum Bahnhof? Mein Mann bringt mich mit dem Auto zum Bahnhof hier in Emmendingen. Er fährt dann weiter mit dem Auto zu seiner Arbeit. In Freiburg fahre ich dann noch vier Stationen mit der Straßenbahn zur Klinik. Vielen Dank, Frau Kascher. Entschuldigen Sie, darf ich Sie auch fragen, wohin Sie fahren? Aber gerne. Vielleicht sagen Sie uns zuerst Ihren Namen. Ich heiße Lucy Ray. Ich fahre nach Basel. Ich will dort eine Freundin besuchen. Sie sind also nicht auf dem Weg zur Arbeit? Nein, ich arbeite hier in Emmendingen. Ich wohne nicht weit von meinem Arbeitsplatz entfernt. Ich fahre nur fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich möchte auch gerne etwas zu dem Thema sagen. Ja, gerne. Sie sind Herr... Fabiano Ballesteros. Also, ich fahre jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit nach Freiburg. Aber ich mache das nicht gerne. Die Züge haben oft Verspätung. Sie sind sehr voll. Im Sommer funktioniert die Klimaanlage oft nicht. Das Auto ist aber leider keine Alternative. Es ist teurer als die Bahn. Es gibt oft Stau und man findet nie einen Parkplatz. Warum ziehen Sie nicht einfach nach Freiburg? Das möchte ich gerne. Aber es ist sehr schwer, in Freiburg eine Wohnung zu finden, die ich bezahlen kann. Im Sommer, wenn das Wetter schön ist und es nicht regnet, fahre ich manchmal mit dem Motorrad. Vielen Dank für diese klaren Worte. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht wollen Sie auch wissen, wie ich zur Arbeit komme. Mein Arbeitsplatz ist eigentlich in Stuttgart. Und da fahre ich mit der U-Bahn zur Arbeit. Dialog 7 Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Frau Al-Halki über ihre duale Ausbildung. Frau Al-Halki, erzählen Sie uns doch bitte, was für eine Ausbildung Sie machen. Ich bin Lehrling in der Tischlerei Schwarz in Ulm. Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Das ist ja interessant. Und welchen Schulabschluss haben Sie? Ich bin vor vier Jahren von Syrien nach Deutschland gekommen. Mein Schulabschluss in Syrien wurde mir hier als Hauptschulabschluss anerkannt. Ich musste aber erst an einer Berufsschule in einer Vorbereitungsklasse Deutsch lernen. Und dann bin ich zwei Jahre lang zur Schule gegangen und habe den Realschulabschluss gemacht. Warum wollten Sie Tischlerin werden? Ich wollte schon immer etwas Handwerkliches tun. Ich habe mich bei der Agentur für Arbeit über verschiedene Berufe informiert, die mich besonders interessiert haben. Meine Deutschlehrerin hat mich dann auf die Idee gebracht, ein dreiwöchiges Schülerpraktikum in einer Tischlerei zu machen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Nach dem Praktikum habe ich mich dann bei der Tischlerei um einen Ausbildungsplatz beworben. Und ich hatte Glück. Ich habe die Lehrstelle bekommen. Sie machen ja eine duale Ausbildung. Das heißt, Sie lernen im Betrieb, also in der Tischlerei und in der Berufsschule. Richtig. Ich bin meistens vier Tage in der Woche in der Tischlerei. Das ist der praktische Teil meiner Ausbildung. Ich lerne, wie man Produkte aus Holz herstellt und welche Geräte und Maschinen man dafür braucht. In der Berufsschule bin ich meistens nur einen Tag pro Woche. Da lerne ich den theoretischen Teil der Ausbildung. Momentan haben wir das Thema Arbeitsrecht und Sicherheit am Arbeitsplatz. Wie lange dauert die Lehre? Drei Jahre. Im nächsten Jahr mache ich meine Gesellenprüfung. Wie soll Ihre berufliche Karriere nach der Ausbildung weitergehen? Zuerst möchte ich natürlich meine Lehre hier erfolgreich abschließen. Danach würde ich gern hier in der Tischlerei als Gesellin weiterarbeiten. Das klingt gut. Viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch, Frau Al-Halki. Dialog 8 Guten Tag. Mein Name ist Masoud Salim. Ich habe um 10 Uhr einen Termin für ein Beratungsgespräch. Guten Tag, Herr Salim. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Sie wissen ja, ich bin anerkannter Asylbewerber und habe den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen. Aber ich kann keine Arbeit finden. Sie haben ja in Ihrer Heimat als Kfz-Mechatroniker gearbeitet. Ja, genau. Und jetzt möchte ich gern eine Weiterbildung machen, um meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Das ist gut, dass Sie die Initiative ergreifen. Haben Sie sich denn auch schon über die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten informiert? Ja, im Internet habe ich mir verschiedene Angebote angeschaut. Ich habe hier ein paar Kurse notiert, die mich interessieren. Besonders interessant finde ich diesen Kurs hier. Ah, dann lassen Sie uns mal sehen. Der Aufbaukurs zur Elektronik im Kraftfahrzeug zum Beispiel wird von der Kfz-Innung Hamburg angeboten. Der Kurs findet zweimal wöchentlich von 18 bis 21.15 Uhr statt und dauert insgesamt zwei Wochen. Das hört sich gut an. Die Lehrgangskosten betragen 395 Euro. Der Kurs kann aber von der Agentur für Arbeit mit einem Bildungsgutschein gefördert werden. Neben den Kosten werden dann auch die Fahrtkosten und sonstige Materialkosten erstattet. Haben Sie einen Bildungsgutschein, Herr Salim? Ja. Prima. Dann müssten Sie sich nur noch bei der Kfz-Innung für den Kurs anmelden. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse sind hier angegeben. Dialog 9 Guten Abend, meine Damen und Herren. Viele Menschen sind in den letzten Jahren zu uns gekommen. Es ist für sie aber oft nicht einfach, eine Arbeit in Deutschland zu finden. Migranten machen sich deshalb öfter selbstständig als Deutsche. Haben Sie gewusst, dass mehr als 700.000 Unternehmer in Deutschland ausländische Wurzeln haben? Die Migranten haben über eine Million Jobs geschaffen. Sie sind Restaurantbetreiber, Bäcker, Kioskbesitzer, Gemüsehändler, Bauunternehmer oder arbeiten im Handwerk. Ich habe heute einen Gast im Studio, der auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist. Guten Abend, Herr Massouli. Guten Abend. Woher kommen Sie, Herr Massouli? Und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich komme aus dem Iran, aus Gomm. Ich bin vor drei Jahren mit meiner Frau und meinen Kindern nach Deutschland gekommen. Warum haben Sie sich selbstständig gemacht? Im Iran habe ich im Lokal meiner Eltern kochen und backen gelernt. Nach dem Integrationskurs habe ich eine Weiterbildung für Bäcker gemacht und auch ein Praktikum in einer Bäckerei. Dann habe ich eine kleine Bäckerei für arabische Spezialitäten eröffnet. Ich wollte mein eigener Chef sein. Hatten Sie keine Angst vor der Selbstständigkeit? Natürlich. Sich selbstständig machen heißt auch viel Stress und viel Verantwortung haben. Und natürlich gibt es auch ein großes finanzielles Risiko. Aber ich habe mich sehr gut vorbereitet. Verdienen Sie mit der Bäckerei auch genug Geld? Reich werden wir bestimmt nicht. Aber meine Bäckerei hat eine gute Lage in der Nähe vom Bahnhof und wir haben viele Kunden. Sie müssen sicherlich sehr viel arbeiten. Natürlich. Ich fange morgens sehr früh an und wir haben sechs Tage in der Woche geöffnet. Meine Frau und ich arbeiten meistens 60 Stunden pro Woche. Im Moment können wir es uns nicht leisten, einen Mitarbeiter einzustellen. Vielleicht geht das in einem Jahr. War es schwer, einen Kredit von der Bank zu bekommen? Es war nicht einfach. Aber ich hatte ein bisschen Eigenkapital und einen guten Geschäftsplan. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bewundere Ihren Mut und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dialog 10 Guten Tag. Herzlich willkommen im BITS. Guten Tag. Mein Name ist Assis El Khalfi. Ich war noch nie im BITS. Ich möchte mich über Bauberufe und Umschulungsmöglichkeiten informieren. Ich helfe Ihnen gern. Hier gibt es Themeninseln. Themeninseln? Das verstehe ich nicht. Was bedeutet das? Das ist ganz einfach. Im BITS können Sie sich über verschiedene Themen wie Arbeit und Beruf, Ausbildung und Studium und Bewerbung informieren. Sie möchten also eine Umschulung machen? Richtig. Die Themeninsel Ausbildung und Beruf ist dort. In den Regalen finden Sie Informationen zu Ausbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten. Kann man auch an den Computern im Internet recherchieren? Selbstverständlich. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Falls Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gern weiter. Dialog 11 Guten Tag. Ich bin Assis El Khalfi. Ich war letzte Woche schon mal hier. Natürlich. Wir haben miteinander gesprochen. Was kann ich für Sie tun? Ich interessiere mich für Berufe auf dem Bau. Ja, das ist gut. Die Berufschancen für Bauarbeiter sind in unserer Region sehr gut. Interessieren Sie sich für einen bestimmten Beruf? Ja, Maurer. Ich habe letzte Woche viel in den Infomappen gelesen, aber ich habe nicht alles verstanden. Vielleicht kann ich ja Ihre Fragen beantworten. Dialog 12 Ich habe leider keine abgeschlossene Berufsausbildung. Kann ich trotzdem Maurer werden? Das ist kein Problem. Sie können eine Umschulung zum Maurer machen. Wie lange dauert eine Umschulung? In der Regel zwischen 16 und 24 Monaten. Das ist aber bestimmt teuer. Wissen Sie, wie viel eine Umschulung kostet? Sie kommen ja aus Syrien und haben eine Aufenthaltserlaubnis, richtig? Ja. Dann können Sie bei der Agentur für Arbeit einen Bildungsgutschein beantragen. Sie müssen aber einen Termin machen. Und dann werden die Kosten für die Umschulung übernommen? Richtig. Können Sie mir auch sagen, wie viel man als Maurer verdient? Einen Moment, da muss ich nachschauen. Also, das Einstiegsgehalt liegt zwischen 1700 und 2500 Euro im Monat. Brutto oder netto? Das ist das Brutto-Gehalt. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. In Deutschland ist der Winter ja oft ziemlich kalt. Was machen dann Maurer? Wenn Sie wegen schlechten Wetters nicht arbeiten können, können Sie Saison-Kurzarbeitergeld beantragen. Saison-Kurzarbeitergeld? Was ist das? Bauarbeiter können in Deutschland in den Wintermonaten, also von Dezember bis März, von der Agentur für Arbeit Geld bekommen. Das nennt man oft auch Schlechtwettergeld. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin ledig und habe keine Kinder. Wenn Sie keine Kinder haben, würden Sie 60 Prozent Ihres Nettogehalts bekommen. Ah, ich verstehe. Vielen Dank für die Information. Dialog 13 Hi, Elam. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Hallo, Pari. Mir geht es sehr gut. Machst du noch die Weiterbildung zur Gärtnerin? Nein, ich bin vor einem Monat fertig geworden. Am Anfang der Weiterbildung habe ich noch gedacht, dass 24 Monate eine sehr lange Zeit sind. Aber dann ist sie ganz schnell vergangen. Und jetzt habe ich eine abgeschlossene Ausbildung und suche eine Stelle. Warst du schon beim Arbeitsamt? Klar. Vorgestern war ich wieder da und habe eine Stellenausschreibung bei einer Gärtnerei hier in der Nähe gefunden, die mir sehr gut gefällt. Da möchte ich mich bewerben. Das ist doch toll. Ja, schon. Aber ich habe kaum Erfahrung mit schriftlichen Bewerbungen. Was gehört eigentlich alles zu einer Bewerbung? In der Anzeige steht, dass man eine aussagekräftige Bewerbung schicken soll. Das steht oft in Stellenanzeigen. Das heißt, der Arbeitgeber erwartet, dass deine Unterlagen vollständig sind. Du brauchst also ein Anschreiben, einen Lebenslauf mit einem Passfoto und Kopien von deinen Schul- und Arbeitszeugnissen. Und natürlich musst du auch noch eine Kopie von deiner abgeschlossenen Weiterbildung machen. Aha. Und was soll ich im Anschreiben schreiben? Da erklärst du, für welche Stelle du dich bewirbst und welche Qualifikationen du für die Stelle hast. Sollst du dich schriftlich bewerben? Per Post oder online? In der Anzeige steht, dass man sich per Post oder per E-Mail bewerben kann. Könntest du vielleicht auch meine Bewerbung durchlesen, wenn ich sie geschrieben habe? Natürlich. Das mache ich gern. Dialog 14 Hallo, Padi. Schön, dass du Zeit hast, mir bei meiner Bewerbung zu helfen. Möchtest du einen Tee? Ja, gern. Du weißt ja, dein Lebenslauf und deine Bewerbung müssen zur Stellenanzeige passen. Hast du die Anzeige genau gelesen? Ich glaube schon. Warum ist das so wichtig? Wenn du eine Anzeige liest, musst du dich fragen, was für einen Mitarbeiter das Unternehmen sucht. In Stellenanzeigen werden nämlich die Aufgaben, die der neue Mitarbeiter übernehmen soll, beschrieben und die Qualifikationen genannt, die er braucht. Also hier in der Anzeige steht, dass der neue Mitarbeiter zum Beispiel Grünanlagen pflegen und Rasen mähen soll. Ja. Du musst also in deiner Bewerbung zeigen, dass du das schon gemacht hast. Zum Beispiel während deiner Umschulung oder in einem Praktikum. Okay, ich verstehe. Und dann werden hier in der Anzeige unter ihre Qualifikation die Voraussetzungen beschrieben, die du für die Stelle brauchst. Was meinst du mit Voraussetzungen? Also, die Firma Max Huber möchte wissen, ob du die richtige Kandidatin für die Stelle bist. Es gibt ja meistens viele Stellensuchende. Bringst du also die fachlichen Voraussetzungen mit, die die Firma sucht? Ich muss also in der Bewerbung zeigen, dass meine Ausbildung und meine Berufserfahrung zur Stelle passen. Ganz genau. Und vergiss nicht, deine Stärken zu nennen. Also, dass ich belastbar und freundlich bin. Ja, zum Beispiel. Hier ist mein Lebenslauf. Du siehst, ich glaube, ich habe... Dialog 15 Max Huber, GmbH. Sie sprechen mit Frau Deutz. Guten Tag. Mein Name ist Elham Sarif. Haben Sie fünf Minuten Zeit für mich? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Ihre Anzeige vom 1. Mai im Internet erst jetzt gelesen. In der Anzeige steht, ab sofort zu besetzen. Ist sie noch frei? Ja, wir haben sie noch nicht besetzt. Wir suchen noch eine Gärtnerin für unser Team. Ich komme aus dem Iran und bin 26 Jahre alt. Nach dem B1-Deutschkurs habe ich meine zweijährige Umschulung zur Gärtnerin vor einem Monat erfolgreich abgeschlossen. Aber ich habe noch keine Berufserfahrung. Kann ich mich trotzdem bei Ihnen bewerben? Natürlich gern. Wir würden Sie in alle Aufgabengebiete einarbeiten. Noch eine letzte Frage. Wann ist der nächste Einstellungstermin? Wir möchten die Stelle gern zum 1.6. besetzen. Vielen Dank für die Informationen. Ich schicke Ihnen dann morgen online meine Bewerbungsunterlagen. Auf Wiederhören. Dialog 1 Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Arbeit in Deutschland geht es in dieser Woche um Berufe am Bahnhof. Dazu habe ich mit Herrn Lauer, dem Filialleiter der Bahnhofsbuchhandlung in Unterrode gesprochen. Hallo Herr Lauer. Seit wann leiten Sie diese Filiale? Hallo. Seit zwei Jahren. Aber ich arbeite schon fünf Jahre hier. Haben Sie den Beruf Buchhändler gelernt? Nein, ich bin Einzelhandelskaufmann. Das passt hier auch sehr gut, denn in einer Bahnhofsbuchhandlung ist das Fachwissen eines Buchhändlers weniger wichtig als zum Beispiel in einer Universitätsbuchhandlung. Unsere Kunden sind meistens Reisende, die nicht viel Zeit haben. Und wir verkaufen auch viel mehr Zeitungen und Zeitschriften als Bücher. Das ist unser Hauptgeschäft. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? Ich bin immer mindestens 40 Stunden pro Woche hier, manchmal auch 50. Welche Aufgaben haben Sie? Ich mache die Bestellungen der Zeitungen und Zeitschriften, die Abrechnungen, ich teile das Personal ein, entscheide, wo wir die Waren platzieren, bezahle Rechnungen und so weiter. Viele Sachen sind Routine, aber manchmal ist es nicht leicht, gutes Personal zu finden. Wir haben viele Aushilfen, die oft nicht lange bleiben. Und wir müssen immer wieder neue Leute einarbeiten. Darf ich fragen, wie viel Sie im Monat verdienen? Ich bekomme 2.900 Euro brutto. Das sind dann ungefähr 1.900 Euro netto. Außerdem bekomme ich ein 13. Monatsgehalt Weihnachtsgeld und 1.200 Euro Urlaubsgeld pro Jahr. Dialog 2 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, In unserer Reihe Arbeit in Deutschland haben wir in der letzten Woche in der Frankfurter Innenstadt ein paar Passantinnen und Passanten zu ihren Arbeitszeiten gefragt. Hier einige Antworten. Sebastian Marx hat uns Folgendes erzählt. Ich bin Produktionshelfer in einer Fabrik, die Mikrochips herstellt. Ich arbeite in der Nachtschicht von 22 bis 6 Uhr am Morgen. Fünf Tage pro Woche, immer montags bis freitags. Der Vorteil ist, dass ich für die Nachtarbeit mehr Geld bekomme. Aber ich bin fast immer müde. Und ich glaube nicht, dass es gut für meine Gesundheit ist, wenn ich immer nur nachts arbeite. Ich bin froh, dass bald Weihnachten ist. Dann hat die Firma drei Wochen geschlossen und ich kann endlich mal richtig ausschlafen. Frau Wagner antwortete, Ich arbeite als Bürokauffrau in einer Import- und Exportfirma. Montags bis freitags am Nachmittag, insgesamt 20 Stunden pro Woche. Die Arbeit gefällt mir, aber ich würde gern mehr arbeiten, weil ich immer zu wenig Geld habe. Im Moment geht das nicht, denn die Firma hat nicht genug Aufträge. Mein Chef hat mir aber versprochen, dass ich sofort eine Vollzeitstelle bekomme, wenn das möglich ist. Herr Borsim meinte zu dem Thema, Ich arbeite in einem kleinen Geschäft im Stadtzentrum. Dort verkaufe ich unter anderem Zeitungen, aber auch Tabak und Zigaretten, sowie Fahrkarten für Busse und Straßenbahnen. Ich arbeite auch am Wochenende und mache oft Überstunden. Ich arbeite sehr unregelmäßig, manchmal nur fünf Stunden am Tag, manchmal zehn. Für die Überstunden bekomme ich an anderen Tagen frei. Das ist gut, denn für mich ist Freizeit sehr wichtig. Dialog 3 Jessica, wir müssen noch über unsere Urlaubszeiten sprechen. Die anderen Kollegen haben jetzt ihren Plan festgelegt, sodass sie mit ihren Kindern wegfahren können. Okay, dann kommen also wir zwei Kinderlose an die Reihe. Welche Möglichkeiten haben wir? Eigentlich ziemlich viele. Nur Mitte August können wir keinen Urlaub nehmen, da sind Ivan und Anna gleichzeitig weg. Okay, das ist für mich kein Problem. Ich möchte gern Anfang Juli zwei Wochen Urlaub haben. Im August kann ich keinen Urlaub nehmen, weil ich eine Fortbildung habe. Anfang Juli? Da möchte ich auch Urlaub machen. Aber das ist doch kein Problem. Dann sind doch die anderen drei noch da. Ja, aber ich finde, einer von uns beiden sollte immer hier sein. Denk doch mal daran, wie oft zum Beispiel die Kinder von Ivan oder Anna krank sind und sie zu Hause bleiben müssen. Dann ist es immer besser, wenn einer von uns da ist, um die Arbeit der anderen zu übernehmen. Das stimmt. Da hast du recht. Dann mach du von Anfang bis Mitte Juli Urlaub, denn deine Fortbildung ist ja wichtig. Ich mache dann danach drei Wochen Urlaub. Prima. Vielen Dank, Simon. Nächstes Jahr darfst du zuerst deine Urlaubszeiten aussuchen. Dialog 4 Ich möchte gerne Anfang August Urlaub haben und dann insgesamt drei Wochen. Ich hätte auch gerne Anfang August Urlaub, aber nur zwei Wochen. Das ist eher schlecht. Einer von euch sollte immer hier sein, weil ihr euch am besten mit den Computerprogrammen auskennt. Da hast du recht. Ich kann auch anders Urlaub nehmen. Ich schlage vor, dass ich zuerst zwei Wochen Urlaub im Juli nehme und dann kann Ivan im August in Urlaub fahren. Ja, das ist gut. Vielen Dank, Anita. Und was ist mit dir, Anna? Für mich ist eine Urlaubszeit Ende August ideal. Und dann brauche ich auch drei Wochen Urlaub. Ivan und ich sind also für einige Zeit gleichzeitig weg. Ist das ein Problem? Ich weiß nicht genau. Das bedeutet ja, dass Simon und Jessica in dieser Zeit auf keinen Fall Urlaub nehmen können. Es müssen immer mindestens drei Personen in der Abteilung sein. Vielleicht sollten wir sie fragen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich bin sicher, dass sie mit unserem Urlaubsplan einverstanden sind. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie uns zuerst über den Urlaub sprechen lassen, weil wir Kinder haben und uns immer nach den Schulferien richten müssen. Ich finde das wirklich nett von den beiden. Ich denke, wir sollten ihnen die freie Auswahl geben, wenn sie außerhalb der Sommerferien Urlaub nehmen möchten. Das ist eine gute Idee. Dialog 5 Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt 7.30 Uhr und viele von Ihnen sind sicher auf dem Weg zur Arbeit oder gehen gleich los. Am Bahnhof Emmendingen steht mein Kollege Urs Weimar. Er macht eine Reportage über die Wege zur Arbeit in Baden-Württemberg. Urs, hörst du mich? Ja, ja, Nina, ich höre dich. Guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In Deutschland hat es noch nie so viele Pendler gegeben wie heute. 2017 sind in Deutschland fast 60 Prozent aller Arbeitnehmer zum Job gependelt. Das heißt, weit mehr als jeder zweite Arbeitnehmer arbeitet nicht in seinem Wohnort, sondern muss für seine Arbeit in einen anderen Ort fahren. Viele Arbeitnehmer brauchen so zwei oder mehr Stunden für den Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Sie benutzen das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel wie die Bahn. Vom Bahnhof Emmendingen fahren jeden Tag viele Leute zur Arbeit nach Freiburg oder nach Offenburg. Dialog 6 Neben mir steht jetzt Marika Kascher. Frau Kascher, wohin fahren Sie? Nach Freiburg. Ich arbeite dort in der Uniklinik. Fahren Sie jeden Tag mit dem Zug? Ich nehme lieber den Zug als das Auto, denn so bin ich schneller in Freiburg und die Monatskarte ist nicht so teuer. Allerdings haben die Züge manchmal Verspätung. Wie kommen Sie zum Bahnhof? Mein Mann bringt mich mit dem Auto zum Bahnhof hier in Emmendingen. Er fährt dann weiter mit dem Auto zu seiner Arbeit. In Freiburg fahre ich dann noch vier Stationen mit der Straßenbahn zur Klinik. Vielen Dank, Frau Kascher. Entschuldigen Sie, darf ich Sie auch fragen, wohin Sie fahren? Aber gerne. Vielleicht sagen Sie uns zuerst Ihren Namen. Ich heiße Lucy Ray. Ich fahre nach Basel. Ich will dort eine Freundin besuchen. Sie sind also nicht auf dem Weg zur Arbeit? Nein, ich arbeite hier in Emmendingen. Ich wohne nicht weit von meinem Arbeitsplatz entfernt. Ich fahre nur fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich möchte auch gerne etwas zu dem Thema sagen. Ja, gerne. Sie sind Herr... Fabiano Ballesteros. Also, ich fahre jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit nach Freiburg. Aber ich mache das nicht gerne. Die Züge haben oft Verspätung. Sie sind sehr voll. Im Sommer funktioniert die Klimaanlage oft nicht. Das Auto ist aber leider keine Alternative. Es ist teurer als die Bahn. Es gibt oft Stau und man findet nie einen Parkplatz. Warum ziehen Sie nicht einfach nach Freiburg? Das möchte ich gerne. Aber es ist sehr schwer, in Freiburg eine Wohnung zu finden, die ich bezahlen kann. Im Sommer, wenn das Wetter schön ist und es nicht regnet, fahre ich manchmal mit dem Motorrad. Vielen Dank für diese klaren Worte. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht wollen Sie auch wissen, wie ich zur Arbeit komme. Mein Arbeitsplatz ist eigentlich in Stuttgart. Und da fahre ich mit der U-Bahn zur Arbeit. Dialog 7 Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Frau Al-Halki über ihre duale Ausbildung. Frau Al-Halki, erzählen Sie uns doch bitte, was für eine Ausbildung Sie machen. Ich bin Lehrling in der Tischlerei Schwarz in Ulm. Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Das ist ja interessant. Und welchen Schulabschluss haben Sie? Ich bin vor vier Jahren von Syrien nach Deutschland gekommen. Mein Schulabschluss in Syrien wurde mir hier als Hauptschulabschluss anerkannt. Ich musste aber erst an einer Berufsschule in einer Vorbereitungsklasse Deutsch lernen. Und dann bin ich zwei Jahre lang zur Schule gegangen und habe den Realschulabschluss gemacht. Warum wollten Sie Tischlerin werden? Ich wollte schon immer etwas Handwerkliches tun. Ich habe mich bei der Agentur für Arbeit über verschiedene Berufe informiert, die mich besonders interessiert haben. Meine Deutschlehrerin hat mich dann auf die Idee gebracht, ein dreiwöchiges Schülerpraktikum in einer Tischlerei zu machen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Nach dem Praktikum habe ich mich dann bei der Tischlerei um einen Ausbildungsplatz beworben. Und ich hatte Glück. Ich habe die Lehrstelle bekommen. Sie machen ja eine duale Ausbildung. Das heißt, Sie lernen im Betrieb, also in der Tischlerei und in der Berufsschule. Richtig. Ich bin meistens vier Tage in der Woche in der Tischlerei. Das ist der praktische Teil meiner Ausbildung. Ich lerne, wie man Produkte aus Holz herstellt und welche Geräte und Maschinen man dafür braucht. In der Berufsschule bin ich meistens nur einen Tag pro Woche. Da lerne ich den theoretischen Teil der Ausbildung. Momentan haben wir das Thema Arbeitsrecht und Sicherheit am Arbeitsplatz. Wie lange dauert die Lehre? Drei Jahre. Im nächsten Jahr mache ich meine Gesellenprüfung. Wie soll Ihre berufliche Karriere nach der Ausbildung weitergehen? Zuerst möchte ich natürlich meine Lehre hier erfolgreich abschließen. Danach würde ich gern hier in der Tischlerei als Gesellin weiterarbeiten. Das klingt gut. Viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch, Frau Al-Halki. Dialog 8 Guten Tag. Mein Name ist Masoud Salim. Ich habe um 10 Uhr einen Termin für ein Beratungsgespräch. Guten Tag, Herr Salim. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Sie wissen ja, ich bin anerkannter Asylbewerber und habe den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen. Aber ich kann keine Arbeit finden. Sie haben ja in Ihrer Heimat als Kfz-Mechatroniker gearbeitet. Ja, genau. Und jetzt möchte ich gern eine Weiterbildung machen, um meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Das ist gut, dass Sie die Initiative ergreifen. Haben Sie sich denn auch schon über die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten informiert? Ja, im Internet habe ich mir verschiedene Angebote angeschaut. Ich habe hier ein paar Kurse notiert, die mich interessieren. Besonders interessant finde ich diesen Kurs hier. Ah, dann lassen Sie uns mal sehen. Der Aufbaukurs zur Elektronik im Kraftfahrzeug zum Beispiel wird von der Kfz-Innung Hamburg angeboten. Der Kurs findet zweimal wöchentlich von 18 bis 21.15 Uhr statt und dauert insgesamt zwei Wochen. Das hört sich gut an. Die Lehrgangskosten betragen 395 Euro. Der Kurs kann aber von der Agentur für Arbeit mit einem Bildungsgutschein gefördert werden. Neben den Kosten werden dann auch die Fahrtkosten und sonstige Materialkosten erstattet. Haben Sie einen Bildungsgutschein, Herr Salim? Ja. Prima. Dann müssten Sie sich nur noch bei der Kfz-Innung für den Kurs anmelden. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse sind hier angegeben. Dialog 9 Guten Abend, meine Damen und Herren. Viele Menschen sind in den letzten Jahren zu uns gekommen. Es ist für sie aber oft nicht einfach, eine Arbeit in Deutschland zu finden. Migranten machen sich deshalb öfter selbstständig als Deutsche. Haben Sie gewusst, dass mehr als 700.000 Unternehmer in Deutschland ausländische Wurzeln haben? Die Migranten haben über eine Million Jobs geschaffen. Sie sind Restaurantbetreiber, Bäcker, Kioskbesitzer, Gemüsehändler, Bauunternehmer oder arbeiten im Handwerk. Ich habe heute einen Gast im Studio, der auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist. Guten Abend, Herr Massouli. Guten Abend. Woher kommen Sie, Herr Massouli? Und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich komme aus dem Iran, aus Gomm. Ich bin vor drei Jahren mit meiner Frau und meinen Kindern nach Deutschland gekommen. Warum haben Sie sich selbstständig gemacht? Im Iran habe ich im Lokal meine Eltern kochen und backen gelernt. Nach dem Integrationskurs habe ich eine Weiterbildung für Bäcker gemacht und auch ein Praktikum in einer Bäckerei. Dann habe ich eine kleine Bäckerei für arabische Spezialitäten eröffnet. Ich wollte mein eigener Chef sein. Hatten Sie keine Angst vor der Selbstständigkeit? Natürlich. Sich selbstständig machen heißt auch viel Stress und viel Verantwortung haben. Und natürlich gibt es auch ein großes finanzielles Risiko. Aber ich habe mich sehr gut vorbereitet. Verdienen Sie mit der Bäckerei auch genug Geld? Reich werden wir bestimmt nicht. Aber meine Bäckerei hat eine gute Lage in der Nähe vom Bahnhof und wir haben viele Kunden. Sie müssen sicherlich sehr viel arbeiten. Natürlich. Ich fange morgens sehr früh an und wir haben sechs Tage in der Woche geöffnet. Meine Frau und ich arbeiten meistens 60 Stunden pro Woche. Im Moment können wir es uns nicht leisten, einen Mitarbeiter einzustellen. Vielleicht geht das in einem Jahr. War es schwer, einen Kredit von der Bank zu bekommen? Es war nicht einfach. Aber ich hatte ein bisschen Eigenkapital und einen guten Geschäftsplan. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bewundere Ihren Mut und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dialog 10 Guten Tag. Herzlich willkommen im BITS. Guten Tag. Mein Name ist Assis El-Khalfi. Ich war noch nie im BITS. Ich möchte mich über Bauberufe und Umschulungsmöglichkeiten informieren. Ich helfe Ihnen gern. Hier gibt es Themeninseln. Themeninseln? Das verstehe ich nicht. Was bedeutet das? Das ist ganz einfach. Im BITS können Sie sich über verschiedene Themen wie Arbeit und Beruf, Ausbildung und Studium und Bewerbung informieren. Sie möchten also eine Umschulung machen? Richtig. Die Themeninsel Ausbildung und Beruf ist dort. In den Regalen finden Sie Informationen zu Ausbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten. Kann man auch an den Computern im Internet recherchieren? Selbstverständlich. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Falls Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gern weiter. Dialog 11 Guten Tag. Ich bin Assis El-Khalfi. Ich war letzte Woche schon mal hier. Natürlich. Wir haben miteinander gesprochen. Was kann ich für Sie tun? Ich interessiere mich für Berufe auf dem Bau. Ja, das ist gut. Die Berufschancen für Bauarbeiter sind in unserer Region sehr gut. Interessieren Sie sich für einen bestimmten Beruf? Ja, Maurer. Ich habe letzte Woche viel in den Infomappen gelesen, aber ich habe nicht alles verstanden. Vielleicht kann ich ja Ihre Fragen beantworten. Dialog 12 Ich habe leider keine abgeschlossene Berufsausbildung. Kann ich trotzdem Maurer werden? Das ist kein Problem. Sie können eine Umschulung zum Maurer machen. Wie lange dauert eine Umschulung? In der Regel zwischen 16 und 24 Monaten. Das ist aber bestimmt teuer. Wissen Sie, wie viel eine Umschulung kostet? Sie kommen ja aus Syrien und haben eine Aufenthaltserlaubnis, richtig? Ja. Dann können Sie bei der Agentur für Arbeit einen Bildungsgutschein beantragen. Sie müssen aber einen Termin machen. Und dann werden die Kosten für die Umschulung übernommen? Richtig. Können Sie mir auch sagen, wie viel man als Maurer verdient? Einen Moment, da muss ich nachschauen. Also, das Einstiegsgehalt liegt zwischen 1700 und 2500 Euro im Monat. Brutto oder netto? Das ist das Brutto-Gehalt. Okay, eine letzte Frage habe ich noch. In Deutschland ist der Winter ja oft ziemlich kalt. Was machen dann Maurer? Wenn Sie wegen schlechten Wetters nicht arbeiten können, können Sie Saison-Kurzarbeitergeld beantragen. Saison-Kurzarbeitergeld? Was ist das? Bauarbeiter können in Deutschland in den Wintermonaten, also von Dezember bis März, von der Agentur für Arbeit Geld bekommen. Das nennt man oft auch Schlechtwettergeld. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin ledig und habe keine Kinder. Wenn Sie keine Kinder haben, würden Sie 60 Prozent Ihres Nettogehalts bekommen. Ah, ich verstehe. Vielen Dank für die Information. Ich gehe doch noch mal rüber. Dialog 13 Hi, Elam. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Hallo, Pari. Mir geht es sehr gut. Machst du noch die Weiterbildung zur Gärtnerin? Nein, ich bin vor einem Monat fertig geworden. Am Anfang der Weiterbildung habe ich noch gedacht, dass 24 Monate eine sehr lange Zeit sind. Aber dann ist sie ganz schnell vergangen. Und jetzt habe ich eine abgeschlossene Ausbildung und suche eine Stelle. Warst du schon beim Arbeitsamt? Klar. Vorgestern war ich wieder da und habe eine Stellenausschreibung bei einer Gärtnerei hier in der Nähe gefunden, die mir sehr gut gefällt. Da möchte ich mich bewerben. Das ist doch toll. Ja, schon. Aber ich habe kaum Erfahrung mit schriftlichen Bewerbungen. Was gehört eigentlich alles zu einer Bewerbung? In der Anzeige steht, dass man eine aussagekräftige Bewerbung schicken soll. Das steht oft in Stellenanzeigen. Das heißt, der Arbeitgeber erwartet, dass deine Unterlagen vollständig sind. Du brauchst also ein Anschreiben, einen Lebenslauf mit einem Passfoto und Kopien von deinen Schul- und Arbeitszeugnissen. Und natürlich musst du auch noch eine Kopie von deiner abgeschlossenen Weiterbildung machen. Aha. Und was soll ich im Anschreiben schreiben? Da erklärst du, für welche Stelle du dich bewirbst und welche Qualifikationen du für die Stelle hast. Sollst du dich schriftlich bewerben, per Post oder online? In der Anzeige steht, dass man sich per Post oder per E-Mail bewerben kann. Könntest du vielleicht auch meine Bewerbung durchlesen, wenn ich sie geschrieben habe? Natürlich. Das mache ich gern. Dialog 14 Hallo, Padi. Schön, dass du Zeit hast, mir bei meiner Bewerbung zu helfen. Möchtest du einen Tee? Ja, gern. Du weißt ja, dein Lebenslauf und deine Bewerbung müssen zur Stellenanzeige passen. Hast du die Anzeige genau gelesen? Ich glaube schon. Warum ist das so wichtig? Wenn du eine Anzeige liest, musst du dich fragen, was für einen Mitarbeiter das Unternehmen sucht. In Stellenanzeigen werden nämlich die Aufgaben, die der neue Mitarbeiter übernehmen soll, beschrieben und die Qualifikationen genannt, die er braucht. Also hier in der Anzeige steht, dass der neue Mitarbeiter zum Beispiel Grünanlagen pflegen und Rasen mähen soll. Ja. Du musst also in deiner Bewerbung zeigen, dass du das schon gemacht hast. Zum Beispiel während deiner Umschulung oder in einem Praktikum. Okay, ich verstehe. Und dann werden hier in der Anzeige unter ihre Qualifikation die Voraussetzungen beschrieben, die du für die Stelle brauchst. Was meinst du mit Voraussetzungen? Also, die Firma Max Huber möchte wissen, ob du die richtige Kandidatin für die Stelle bist. Es gibt ja meistens viele Stellensuchende. Bringst du also die fachlichen Voraussetzungen mit, die die Firma sucht? Ich muss also in der Bewerbung zeigen, dass meine Ausbildung und meine Berufserfahrung zur Stelle passen. Ganz genau. Und vergiss nicht, deine Stärken zu nennen. Also, dass ich belastbar und freundlich bin. Ja, zum Beispiel. Hier ist mein Lebenslauf. Du siehst, ich glaube, ich habe... Dialog 15 Max Huber, GmbH. Sie sprechen mit Frau Deutz. Guten Tag. Mein Name ist Elham Sarif. Haben Sie fünf Minuten Zeit für mich? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Ihre Anzeige vom 1. Mai im Internet erst jetzt gelesen. In der Anzeige steht, ab sofort zu besetzen. Ist sie noch frei? Ja, wir haben sie noch nicht besetzt. Wir suchen noch eine Gärtnerin für unser Team. Ich komme aus dem Iran und bin 26 Jahre alt. Nach dem B1-Deutschkurs habe ich meine zweijährige Umschulung zur Gärtnerin vor einem Monat erfolgreich abgeschlossen. Aber ich habe noch keine Berufserfahrung. Kann ich mich trotzdem bei Ihnen bewerben? Natürlich gern. Wir würden Sie in alle Aufgabengebiete einarbeiten. Noch eine letzte Frage. Wann ist der nächste Einstellungstermin? Wir möchten die Stelle gern zum 1.6. besetzen. Vielen Dank für die Informationen. Ich schicke Ihnen dann morgen online meine Bewerbungsunterlagen. Auf Wiederhören. Dialog 1 Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Reihe Arbeit in Deutschland geht es in dieser Woche um Berufe am Bahnhof. Dazu habe ich mit Herrn Lauer, dem Filialleiter der Bahnhofsbuchhandlung in Unterrode gesprochen. Hallo Herr Lauer. Seit wann leiten Sie diese Filiale? Hallo. Seit zwei Jahren. Aber ich arbeite schon fünf Jahre hier. Haben Sie den Beruf Buchhändler gelernt? Nein, ich bin Einzelhandelskaufmann. Das passt hier auch sehr gut, denn in einer Bahnhofsbuchhandlung ist das Fachwissen eines Buchhändlers weniger wichtig als zum Beispiel in einer Universitätsbuchhandlung. Unsere Kunden sind meistens Reisende, die nicht viel Zeit haben, und wir verkaufen auch viel mehr Zeitungen und Zeitschriften als Bücher. Das ist unser Hauptgeschäft. Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? Ich bin immer mindestens 40 Stunden pro Woche hier, manchmal auch 50. Welche Aufgaben haben Sie? Ich mache die Bestellungen der Zeitungen und Zeitschriften, die Abrechnungen, ich teile das Personal ein, entscheide, wo wir die Waren platzieren, bezahle Rechnungen und so weiter. Viele Sachen sind Routine, aber manchmal ist es nicht leicht, gutes Personal zu finden. Wir haben viele Aushilfen, die oft nicht lange bleiben, und wir müssen immer wieder neue Leute einarbeiten. Darf ich fragen, wie viel Sie im Monat verdienen? Ich bekomme 2.900 Euro brutto. Das sind dann ungefähr 1.900 Euro netto. Außerdem bekomme ich ein 13. Monatsgehalt Weihnachtsgeld und 1.200 Euro Urlaubsgeld pro Jahr. Dialog 2 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserer Reihe Arbeit in Deutschland haben wir in der letzten Woche in der Frankfurter Innenstadt ein paar Passantinnen und Passanten zu ihren Arbeitszeiten gefragt. Hier einige Antworten. Sebastian Marx hat uns Folgendes erzählt. Ich bin Produktionshelfer in einer Fabrik, die Mikrochips herstellt. Ich arbeite in der Nachtschicht von 22 bis 6 Uhr am Morgen. Fünf Tage pro Woche, immer montags bis freitags. Der Vorteil ist, dass ich für die Nachtarbeit mehr Geld bekomme, aber ich bin fast immer müde. Und ich glaube nicht, dass es gut für meine Gesundheit ist, wenn ich immer nur nachts arbeite. Ich bin froh, dass bald Weihnachten ist. Dann hat die Firma drei Wochen geschlossen und ich kann endlich mal richtig ausschlafen. Frau Wagner antwortete. Ich arbeite als Bürokauffrau in einer Import- und Exportfirma. Montags bis freitags am Nachmittag, insgesamt 20 Stunden pro Woche. Die Arbeit gefällt mir, aber ich würde gern mehr arbeiten, weil ich immer zu wenig Geld habe. Im Moment geht das nicht, denn die Firma hat nicht genug Aufträge. Mein Chef hat mir aber versprochen, dass ich sofort eine Vollzeitstelle bekomme, wenn das möglich ist. Herr Borsim meinte zu dem Thema. Ich arbeite in einem kleinen Geschäft im Stadtzentrum. Dort verkaufe ich unter anderem Zeitungen, aber auch Tabak und Zigaretten, sowie Fahrkarten für Busse und Straßenbahnen. Ich arbeite auch am Wochenende und mache oft Überstunden. Ich arbeite sehr unregelmäßig, manchmal nur fünf Stunden am Tag, manchmal zehn. Für die Überstunden bekomme ich an anderen Tagen frei. Das ist gut, denn für mich ist Freizeit sehr wichtig. Dialog 3 Jessica, wir müssen noch über unsere Urlaubszeiten sprechen. Die anderen Kollegen haben jetzt ihren Plan festgelegt, sodass sie mit ihren Kindern wegfahren können. Okay, dann kommen also wir zwei Kinderlose an die Reihe. Welche Möglichkeiten haben wir? Eigentlich ziemlich viele. Nur Mitte August können wir keinen Urlaub nehmen. Da sind Ivan und Anna gleichzeitig weg. Okay, das ist für mich kein Problem. Ich möchte gern Anfang Juli zwei Wochen Urlaub haben. Im August kann ich keinen Urlaub nehmen, weil ich eine Fortbildung habe. Anfang Juli? Da möchte ich auch Urlaub machen. Aber das ist doch kein Problem. Dann sind doch die anderen drei noch da. Ja, aber ich finde, einer von uns beiden sollte immer hier sein. Denk doch mal daran, wie oft zum Beispiel die Kinder von Ivan oder Anna krank sind und sie zu Hause bleiben müssen. Dann ist es immer besser, wenn einer von uns da ist, um die Arbeit der anderen zu übernehmen. Das stimmt. Da hast du recht. Dann mach du von Anfang bis Mitte Juli Urlaub, denn deine Fortbildung ist ja wichtig. Ich mache dann danach drei Wochen Urlaub. Prima. Vielen Dank, Simon. Nächstes Jahr darfst du zuerst deine Urlaubszeiten aussuchen. Dialog vier Ich möchte gerne Anfang August Urlaub haben und dann insgesamt drei Wochen. Ich hätte auch gerne Anfang August Urlaub, aber nur zwei Wochen. Das ist eher schlecht. Einer von euch sollte immer hier sein, weil ihr euch am besten mit den Computerprogrammen auskennt. Da hast du recht. Ich kann auch anders Urlaub nehmen. Ich schlage vor, dass ich zuerst zwei Wochen Urlaub im Juli nehme und dann kann Ivan im August in Urlaub fahren. Ja, das ist gut. Vielen Dank, Aneta. Und was ist mit dir, Anna? Für mich ist eine Urlaubszeit Ende August ideal. Und dann brauche ich auch drei Wochen Urlaub. Ivan und ich sind also für einige Zeit gleichzeitig weg. Ist das ein Problem? Ich weiß nicht genau. Das bedeutet ja, dass Simon und Jessica in dieser Zeit auf keinen Fall Urlaub nehmen können. Es müssen immer mindestens drei Personen in der Abteilung sein. Vielleicht sollten wir sie fragen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich bin sicher, dass sie mit unserem Urlaubsplan einverstanden sind. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie uns zuerst über den Urlaub sprechen lassen, weil wir Kinder haben und uns immer nach den Schulferien richten müssen. Ich finde das wirklich nett von den beiden. Ich denke, wir sollten ihnen die freie Auswahl geben, wenn sie außerhalb der Sommerferien Urlaub nehmen möchten. Das ist eine gute Idee. Dialog 5 Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt 7.30 Uhr und viele von Ihnen sind sicher auf dem Weg zur Arbeit oder gehen gleich los. Am Bahnhof Emmendingen steht mein Kollege Urs Weimar. Er macht eine Reportage über die Wege zur Arbeit in Baden-Württemberg. Urs, hörst du mich? Ja, Janina, ich höre dich. Guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In Deutschland hat es noch nie so viele Pendler gegeben wie heute. 2017 sind in Deutschland fast 60 Prozent aller Arbeitnehmer zum Job gependelt. Das heißt, weit mehr als jeder zweite Arbeitnehmer arbeitet nicht in seinem Wohnort, sondern muss für seine Arbeit in einen anderen Ort fahren. Viele Arbeitnehmer brauchen so zwei oder mehr Stunden für den Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause. Sie benutzen das Auto oder öffentliche Verkehrsmittel wie die Bahn. Vom Bahnhof Emmendingen fahren jeden Tag viele Leute zur Arbeit nach Freiburg oder nach Offenburg. Dialog 6 Neben mir steht jetzt Marika Kascher. Frau Kascher, wohin fahren Sie? Nach Freiburg. Ich arbeite dort in der Uniklinik. Fahren Sie jeden Tag mit dem Zug? Ich nehme lieber den Zug als das Auto, denn so bin ich schneller in Freiburg und die Monatskarte ist nicht so teuer. Allerdings haben die Züge manchmal Verspätung. Wie kommen Sie zum Bahnhof? Mein Mann bringt mich mit dem Auto zum Bahnhof hier in Emmendingen. Er fährt dann weiter mit dem Auto zu seiner Arbeit. In Freiburg fahre ich dann noch vier Stationen mit der Straßenbahn zur Klinik. Vielen Dank, Frau Kascher. Entschuldigen Sie, darf ich Sie auch fragen, wohin Sie fahren? Aber gerne. Vielleicht sagen Sie uns zuerst Ihren Namen. Ich heiße Lucy Ray. Ich fahre nach Basel. Ich will dort eine Freundin besuchen. Sie sind also nicht auf dem Weg zur Arbeit? Nein, ich arbeite hier in Emmendingen. Ich wohne nicht weit von meinem Arbeitsplatz entfernt. Ich fahre nur fünf Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich möchte auch gerne etwas zu dem Thema sagen. Ja, gerne. Sie sind Herr... Fabiano Ballesteros. Also, ich fahre jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit nach Freiburg. Aber ich mache das nicht gerne. Die Züge haben oft Verspätung. Sie sind sehr voll. Im Sommer funktioniert die Klimaanlage oft nicht. Das Auto ist aber leider keine Alternative. Es ist teurer als die Bahn. Es gibt oft Stau und man findet nie einen Parkplatz. Warum ziehen Sie nicht einfach nach Freiburg? Das möchte ich gerne. Aber es ist sehr schwer, in Freiburg eine Wohnung zu finden, die ich bezahlen kann. Im Sommer, wenn das Wetter schön ist und es nicht regnet, fahre ich manchmal mit dem Motorrad. Vielen Dank für diese klaren Worte. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht wollen Sie auch wissen, wie ich zur Arbeit komme. Mein Arbeitsplatz ist eigentlich in Stuttgart. Und da fahre ich mit der U-Bahn zur Arbeit. Dialog 7 Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Frau Al-Halki über ihre duale Ausbildung. Frau Al-Halki, erzählen Sie uns doch bitte, was für eine Ausbildung Sie machen. Ich bin Lehrling in der Tischlerei Schwarz in Ulm. Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Das ist ja interessant. Und welchen Schulabschluss haben Sie? Ich bin vor vier Jahren von Syrien nach Deutschland gekommen. Mein Schulabschluss in Syrien wurde mir hier als Hauptschulabschluss anerkannt. Ich musste aber erst an einer Berufsschule in einer Vorbereitungsklasse Deutsch lernen. Und dann bin ich zwei Jahre lang zur Schule gegangen und habe den Realschulabschluss gemacht. Warum wollten Sie Tischlerin werden? Ich wollte schon immer etwas Handwerkliches tun. Ich habe mich bei der Agentur für Arbeit über verschiedene Berufe informiert, die mich besonders interessiert haben. Meine Deutschlehrerin hat mich dann auf die Idee gebracht, ein dreiwöchiges Schülerpraktikum in einer Tischlerei zu machen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Nach dem Praktikum habe ich mich dann bei der Tischlerei um einen Ausbildungsplatz beworben. Und ich hatte Glück. Ich habe die Lehrstelle bekommen. Sie machen ja eine duale Ausbildung. Das heißt, Sie lernen im Betrieb, also in der Tischlerei und in der Berufsschule. Richtig. Ich bin meistens vier Tage in der Woche in der Tischlerei. Das ist der praktische Teil meiner Ausbildung. Ich lerne, wie man Produkte aus Holz herstellt und welche Geräte und Maschinen man dafür braucht. In der Berufsschule bin ich meistens nur einen Tag pro Woche. Da lerne ich den theoretischen Teil der Ausbildung. Momentan haben wir das Thema Arbeitsrecht und Sicherheit am Arbeitsplatz. Wie lange dauert die Lehre? Drei Jahre. Im nächsten Jahr mache ich meine Gesellenprüfung. Wie soll Ihre berufliche Karriere nach der Ausbildung weitergehen? Zuerst möchte ich natürlich meine Lehre hier erfolgreich abschließen. Danach würde ich gern hier in der Tischlerei als Gesellin weiterarbeiten. Das klingt gut. Viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch, Frau Al-Halki. Dialog 8 Guten Tag. Mein Name ist Masoud Salim. Ich habe um 10 Uhr einen Termin für ein Beratungsgespräch. Guten Tag, Herr Salim. Nehmen Sie doch bitte Platz. Was kann ich für Sie tun? Sie wissen ja, ich bin anerkannter Asylbewerber und habe den Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen. Aber ich kann keine Arbeit finden. Sie haben ja in Ihrer Heimat als Kfz-Mechatroniker gearbeitet. Ja, genau. Und jetzt möchte ich gern eine Weiterbildung machen, um meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Das ist gut, dass Sie die Initiative ergreifen. Haben Sie sich denn auch schon über die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten informiert? Ja, im Internet habe ich mir verschiedene Angebote angeschaut. Ich habe hier ein paar Kurse notiert, die mich interessieren. Besonders interessant finde ich diesen Kurs hier. Ah, dann lassen Sie uns mal sehen. Der Aufbaukurs zur Elektronik im Kraftfahrzeug zum Beispiel wird von der Kfz-Innung Hamburg angeboten. Der Kurs findet zweimal wöchentlich von 18 bis 21.15 Uhr statt und dauert insgesamt zwei Wochen. Das hört sich gut an. Die Lehrgangskosten betragen 395 Euro. Der Kurs kann aber von der Agentur für Arbeit mit einem Bildungsgutschein gefördert werden. Neben den Kosten werden dann auch die Fahrtkosten und sonstige Materialkosten erstattet. Haben Sie einen Bildungsgutschein, Herr Salim? Ja. Prima. Dann müssten Sie sich nur noch bei der Kfz-Innung für den Kurs anmelden. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse sind hier angegeben. Dialog 9 Guten Abend, meine Damen und Herren. Viele Menschen sind in den letzten Jahren zu uns gekommen. Es ist für sie aber oft nicht einfach, eine Arbeit in Deutschland zu finden. Migranten machen sich deshalb öfter selbstständig als Deutsche. Haben Sie gewusst, dass mehr als 700.000 Unternehmer in Deutschland ausländische Wurzeln haben? Die Migranten haben über eine Million Jobs geschaffen. Sie sind Restaurantbetreiber, Bäcker, Kioskbesitzer, Gemüsehändler, Bauunternehmer oder arbeiten im Handwerk. Ich habe heute einen Gast im Studio, der auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist. Guten Abend, Herr Massouli. Guten Abend. Woher kommen Sie, Herr Massouli? Und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich komme aus dem Iran, aus Gomm. Ich bin vor drei Jahren mit meiner Frau und meinen Kindern nach Deutschland gekommen. Warum haben Sie sich selbstständig gemacht? Im Iran habe ich im Lokal meiner Eltern kochen und backen gelernt. Nach dem Integrationskurs habe ich eine Weiterbildung für Bäcker gemacht und auch ein Praktikum in einer Bäckerei. Dann habe ich eine kleine Bäckerei für arabische Spezialitäten eröffnet. Ich wollte mein eigener Chef sein. Hatten Sie keine Angst vor der Selbstständigkeit? Natürlich. Sich selbstständig machen heißt auch viel Stress und viel Verantwortung haben. Und natürlich gibt es auch ein großes finanzielles Risiko. Aber ich habe mich sehr gut vorbereitet. Verdienen Sie mit der Bäckerei auch genug Geld? Reich werden wir bestimmt nicht. Aber meine Bäckerei hat eine gute Lage in der Nähe vom Bahnhof und wir haben viele Kunden. Sie müssen sicherlich sehr viel arbeiten. Natürlich. Ich fange morgens sehr früh an und wir haben sechs Tage in der Woche geöffnet. Meine Frau und ich arbeiten meistens 60 Stunden pro Woche. Im Moment können wir es uns nicht leisten, einen Mitarbeiter einzustellen. Vielleicht geht das in einem Jahr. War es schwer, einen Kredit von der Bank zu bekommen? Es war nicht einfach. Aber ich hatte ein bisschen Eigenkapital und einen guten Geschäftsplan. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bewundere Ihren Mut und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dialog 10 Guten Tag. Herzlich willkommen im BITS. Guten Tag. Mein Name ist Assis El Khalfi. Ich war noch nie im BITS. Ich möchte mich über Bauberufe und Umschulungsmöglichkeiten informieren. Ich helfe Ihnen gern. Hier gibt es Themeninseln. Themeninseln? Das verstehe ich nicht. Was bedeutet das? Das ist ganz einfach. Im BITS können Sie sich über verschiedene Themen wie Arbeit und Beruf, Ausbildung und Studium und Bewerbung informieren. Sie möchten also eine Umschulung machen? Richtig. Die Themeninsel Ausbildung und Beruf ist dort. In den Regalen finden Sie Informationen zu Ausbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten. Kann man auch an den Computern im Internet recherchieren? Selbstverständlich. Vielen Dank für die Informationen. Gerne. Falls Sie Fragen haben, helfe ich Ihnen gern weiter. Dialog 11 Guten Tag. Ich bin Assis El Khalfi. Ich war letzte Woche schon mal hier. Natürlich. Wir haben miteinander gesprochen. Was kann ich für Sie tun? Ich interessiere mich für Berufe auf dem Bau. Ja, das ist gut. Die Berufschancen für Bauarbeiter sind in unserer Region sehr gut. Interessieren Sie sich für einen bestimmten Beruf? Ja, Maurer. Ich habe letzte Woche viel in den Infomappen gelesen, aber ich habe nicht alles verstanden. Vielleicht kann ich ja Ihre Fragen beantworten. Dialog 12 Ich habe leider keine abgeschlossene Berufsausbildung. Kann ich trotzdem Maurer werden? Das ist kein Problem. Sie können eine Umschulung zum Maurer machen. Wie lange dauert eine Umschulung? In der Regel zwischen 16 und 24 Monaten. Das ist aber bestimmt teuer. Wissen Sie, wie viel eine Umschulung kostet? Sie kommen ja aus Syrien und haben eine Aufenthaltserlaubnis, richtig? Ja. Dann können Sie bei der Agentur für Arbeit einen Bildungsgutschein beantragen. Sie müssen aber einen Termin machen. Und dann werden die Kosten für die Umschulung übernommen? Richtig. Können Sie mir auch sagen, wie viel man als Maurer verdient? Einen Moment, da muss ich nachschauen. Also, das Einstiegsgehalt liegt zwischen 1700 und 2500 Euro im Monat. Brutto oder netto? Das ist das Bruttogehalt. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. In Deutschland ist der Winter ja oft ziemlich kalt. Was machen dann Maurer? Wenn Sie wegen schlechten Wetters nicht arbeiten können, können Sie Saison-Kurzarbeitergeld beantragen. Saison-Kurzarbeitergeld? Was ist das? Bauarbeiter können in Deutschland in den Wintermonaten, also von Dezember bis März, von der Agentur für Arbeit Geld bekommen. Das nennt man oft auch Schlechtwettergeld. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin ledig und habe keine Kinder. Wenn Sie keine Kinder haben, würden Sie 60 Prozent Ihres Nettogehalts bekommen. Ah, ich verstehe. Vielen Dank für die Information. Ich gehe doch noch mal rüber. Dialog 13 Hi, Elam. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Hallo, Pari. Mir geht es sehr gut. Machst du noch die Weiterbildung zur Gärtnerin? Nein, ich bin vor einem Monat fertig geworden. Am Anfang der Weiterbildung habe ich noch gedacht, dass 24 Monate eine sehr lange Zeit sind. Aber dann ist sie ganz schnell vergangen. Und jetzt habe ich eine abgeschlossene Ausbildung und suche eine Stelle. Warst du schon beim Arbeitsamt? Klar. Vorgestern war ich wieder da und habe eine Stellenausschreibung bei einer Gärtnerei hier in der Nähe gefunden, die mir sehr gut gefällt. Da möchte ich mich bewerben. Das ist doch toll. Ja, schon. Aber ich habe kaum Erfahrung mit schriftlichen Bewerbungen. Was gehört eigentlich alles zu einer Bewerbung? In der Anzeige steht, dass man eine aussagekräftige Bewerbung schicken soll. Das steht oft in Stellenanzeigen. Das heißt, der Arbeitgeber erwartet, dass deine Unterlagen vollständig sind. Du brauchst also ein Anschreiben, einen Lebenslauf mit einem Passfoto und Kopien von deinen Schul- und Arbeitszeugnissen. Und natürlich musst du auch noch eine Kopie von deiner abgeschlossenen Weiterbildung machen. Aha. Und was soll ich im Anschreiben schreiben? Da erklärst du, für welche Stelle du dich bewirbst und welche Qualifikationen du für die Stelle hast. Sollst du dich schriftlich bewerben, per Post oder online? In der Anzeige steht, dass man sich per Post oder per E-Mail bewerben kann. Könntest du vielleicht auch meine Bewerbung durchlesen, wenn ich sie geschrieben habe? Natürlich. Das mache ich gern. Dialog 14 Hallo, Padi. Schön, dass du Zeit hast, mir bei meiner Bewerbung zu helfen. Möchtest du einen Tee? Ja, gern. Du weißt ja, dein Lebenslauf und deine Bewerbung müssen zur Stellenanzeige passen. Hast du die Anzeige genau gelesen? Ich glaube schon. Warum ist das so wichtig? Wenn du eine Anzeige liest, musst du dich fragen, was für einen Mitarbeiter das Unternehmen sucht. In Stellenanzeigen werden nämlich die Aufgaben, die der neue Mitarbeiter übernehmen soll, beschrieben und die Qualifikationen genannt, die er braucht. Also, hier in der Anzeige steht, dass der neue Mitarbeiter zum Beispiel Grünanlagen pflegen und Rasen mähen soll? Ja. Du musst also in deiner Bewerbung zeigen, dass du das schon gemacht hast. Zum Beispiel während deiner Umschulung oder in einem Praktikum. Okay, ich verstehe. Und dann werden hier in der Anzeige unter Ihre Qualifikation die Voraussetzungen beschrieben, die du für die Stelle brauchst. Was meinst du mit Voraussetzungen? Also, die Firma Max Huber möchte wissen, ob du die richtige Kandidatin für die Stelle bist. Es gibt ja meistens viele Stellensuchende. Bringst du also die fachlichen Voraussetzungen mit, die die Firma sucht? Ich muss also in der Bewerbung zeigen, dass meine Ausbildung und meine Berufserfahrung zur Stelle passen. Ganz genau. Und vergiss nicht, deine Stärken zu nennen. Also, dass ich belastbar und freundlich bin. Ja, zum Beispiel. Hier ist mein Lebenslauf. Du siehst, ich glaube, ich habe... Dialog 15 Max Huber GmbH, Sie sprechen mit Frau Deutz. Guten Tag. Mein Name ist Elham Sarif. Haben Sie fünf Minuten Zeit für mich? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Ihre Anzeige vom 1. Mai im Internet erst jetzt gelesen. In der Anzeige steht, ab sofort zu besetzen. Ist sie noch frei? Ja, wir haben sie noch nicht besetzt. Wir suchen noch eine Gärtnerin für unser Team. Ich komme aus dem Iran und bin 26 Jahre alt. Nach dem B1-Deutschkurs habe ich meine zweijährige Umschulung zur Gärtnerin vor einem Monat erfolgreich abgeschlossen. Aber ich habe noch keine Berufserfahrung. Kann ich mich trotzdem bei Ihnen bewerben? Natürlich gern. Wir würden Sie in alle Aufgabengebiete einarbeiten. Noch eine letzte Frage. Wann ist der nächste Einstellungstermin? Wir möchten die Stelle gern zum 1.6. besetzen. Vielen Dank für die Informationen. Ich schicke Ihnen dann morgen online meine Bewerbungsunterlagen. Auf Wiederhören. Vielen Dank.